Loll, sie hält sich nicht fest, sie hält sich nicht fest. Was soll ich denn da machen? Also jetzt, Moment, einmal, zack, mal genau hingucken. Willst du gleich unter dir sein? Jo, ich nehm keine Leid an. Ah, klar. Fuck, Alter, wieso bin ich nicht die ganze Zeit? Ich bin so ein Idiot. Also einen großen Idioten habe ich echt nicht gesehen. Oh, Mann. Nein. Jetzt, zack. Oh, knapp. Ja, ja, wir haben nicht immer das gleiche. Mensch, Mensch, Mensch. Zack. Was habe ich vorhin gesagt? Ja, ich habe das Spiel raus. Ja, klar, Felix. Du hast das Spiel raus. Am Arsch. Zack, hier ist die Leider. Nein. Oh, war das knapp. Okay, man kann so hin kommen. Ah, das finde ich ganz richtig scheiße einschätzbar. Entweder man muss die Verstärkung nehmen von dem Sprung. Also das heißt, man springt weiter. Oder? 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 Oh, es tut mir echt leid, dass ich genießt habe. Ähm. Oder man muss einfach einen einfachen springen, sonst springt man zu weit. Was ist das denn, bitteschön? Oh. 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 Zum Glück. Bam. Bam. Verdammt. Verdammt. Ist er still geworden? Das wurde still. Oh, mich hau. Oh, fuck it. Loi. Loi. Was macht er? Ja. Ja, und jetzt? Hä? What the hell? Es muss genau unter mir sein. Bam. Slacked. Was ist das? Ah. Klar. Ja. Ein Raum ist unter mir. Ah. Klar. Lol. Wer baut unter einen Lastenaufzug einen Eingang? Oder einen Lüftungsschacht oder whatever. Also Sicherheit. Toi, toi, toi. Jetzt sieht's aus wie im Krankenhaus. Weißwände. Facility. Oh. Lavi wird geladen. Ja. Wir scheinen ziemlich weit zu sein, Leute. Immer diese verfickten Nadelzeiten. Ne. Jetzt gehen wir auf den Sack. Vor allem. Ah. Ja klar. Mamma mia. Was hat klar? Zack. Klar. Wir gehen erst nach unten. Jetzt wieder nach oben. Jetzt werden wir bestimmt hier. Dauerabschluss. Bam, bam, bam. Oder natürlich. Der Lift führt aufs Dach. Ja. Nein, wir überspringen nicht. Jackpot. Ich hab das Nervenzentrum gefunden. Könnte eine Art Trainingsraum sein. Drake. Wofür trainieren Sie Sie denn? Als ob es in dieser Stadt noch irgendwas gäbe, was Sie noch nicht verboten oder besteuert haben. Was bleibt denn noch, hä? Wir. Merck. Hol deine Waffe. Du weißt doch, dass ich sie immer bei mir hab. Wieso? Dieses... Dieses Training Merck. Dieses Projekt Icarus. Pirandello Kruger. Sie unterstützen nicht die Polizei. Sie werden trainiert, um uns zu jagen. Uns, die Runner. Alles okay da oben? Ruhig wie im Grab. Nur ich. Die Schögel und die beste Überwachungsausrüstung, die man oft im Schwarzmarkt bekommt. Das ist der. Der? Der Typ vom Einkaufszentrum. Dieser weiße Anzug. Hab ihn am Deckern des Schiffs im Hafen gesehen. Hör zu, Faith. Du hast genug getan. Im Moment scheinst du mitten in der Höhle des Löwens zu sein. Also mach, dass du da rauskommst. Ja, klar. Da öffnet sich ne... Der Funk flippt aus. Die Kopf haben dich entdeckt. Nie, zieh raus. Ja, ne. Dreh dich nicht. Hallo? Drehst du dich mal? W shipmenten nicht. Baah! Baaah! Oh! Luh! 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 Lų! Also sie sind auch Runner So wie wir gerade mitgekriegt haben Deswegen war ich gerade so Wow Coole Masken haben sie auf jeden Fall Oh yeah Gives me baby Hier darf man echt nicht Fuck 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 Da war einer Da war jemand Fuck Mami Nein Fuck alter wie viel das gleich sind Lauf baby lauf baby Komm 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 Fuck 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 Fuuu Rote Tür rote Tür rote Tür rote Tür Los 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 Gibi Bam Zack da lang Nein Bam Komm komm bitte Oh yeah Geschafft Warum leuchtet das gerade so Ich hoffe sie hat nach oben gedrückt Nicht nach unten Das wäre natürlich jetzt sowas von frontal Wow fuck mein Herz Die sind so fucking stark bestimmt Ich konnte ja nicht mal schlagen Ich hab denen nichts machen getan Ich will gar nicht aus dem Fahrstuhl Ich will in dem Fahrstuhl bleiben Ist am sichersten Weil da müssen sie erst alles holen um den Fahrstuhl auszumachen Und Ja bis sie das geholt haben und ich mitStunden Plan erfunden wie ich da weggekommen aber Hey Ich hab Angst Ich hab Angst Zuerst mal dass ich in einem der Die Stapr oder so mitgefühlt jetzt kann ich wieder nur Dömen 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 diese Fahrstuhlzeiten sind so wo 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 er war gerade offen oder war das ein Back offen oder Back offen oder Back offen oder Back 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 war das ein Back war oder war das so offen offenbar offenbar Uuuuh Dum 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 Ooooooooh Slay Fuck Naja, wenn sie mir alles kaputt schießen Soh, da drüben raucht's Loll, ich weiß wo wir sind Das war vorhin noch die Treppe, wo wir unten rüber gesprungen sind Wow, ja klar, ich lau auf die offene Tür zu, ich Idiot Leg dich nicht mit ihnen an, lauf! Ich Idiot, ich wollte Q drücken und rück der Tasse Boah! Jetzt gingen die Nerven mit mir durch Jetzt hat's gedeckt Das war grad eklig Hat mich grad an den ganzen Körper geschüttelt dieses Boah, wie eklig Ähm, soooo Go! Oho Vor dir sind Bahngleise Das könnte ein Weg aus sein Vor mir sind Bahngleise Bist du arrangieren? Lass dich mitnehmen! Fuck it! Ah hier Aber gut, dass alles rot markiert ist Äh, ohne Scheiß Loll! Loll! Och nö, oder? Wenn wir jetzt wieder auf so'n geilen Zug sitzen Müssen wir doch wieder ausweichen War doch das, oder? Och ne, ey Das ist nicht der jetzt schon Wenn das wieder so was wird Oh, wie geil! Ich hab's geschafft! Er hat sich drauf, sie hat sich drauf gehalten Uuuuuh Schöner Bug Ich liebe es Ich liebe es Ich liebe es Nein! Natürlich hab ich's nicht geschafft Hey! Weißt du, wir von den Tipps geben, Facebook? Ja, ich will von denen was haben Bist du arrangieren? Lass dich mitnehmen Jetzt hab ich's geschafft! Gute Arbeit! Ich werde versuchen, die Infos über Ikarhus zu verbreiten Ja, das war's Ja, das war's Tu das! Ich nehme diesen Kerl mal vor Boah! Boah, war das knapp! Wow, sie leckt gerade ein wenig Rennen cool! Muss man sagen, sie rennt richtig Faszinierend! Sooo Ah, jetzt! Aber bitte stürm da nicht einfach rein, Kleine! Das ist Pop's Mörder! Da draußen könnten noch mehr Cops sein! Es ist zu riskant, einfach zu Fuß zum Schiff zu gehen! Sie werden dich sehen! Es muss einen Weg geben, heimlich reinzukommen! Ja! Aber diesen Weg finden wir natürlich in der nächsten Was soll der Mist? Ich muss mich hier! What the fuck, Alter, unterbrech mich nicht, Junge! Ja, jedenfalls, ähm, sehen wir uns in der nächsten Folge Myrus Edge Und dann erobern wir dieses fucking Shit! Bis bald! Das war euer Red Road! Peace!